Liebe Lieben, heute ist der 14. November 2019 und gestern war der Geburtstag von Leopold Mozart, dem, viele kennen ihn nicht, die jüngeren, Vater von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, und es ist aber noch was viel Wichtigeres möglicherweise, nämlich in drei Tagen ist lettischer Nationalfeiertag. Ja, wie lautet die Hümmel? Also wie heißt die? Die haben ja meistens so eine Überschrift. Dios Veti Latvio. Was bedeutet das? Hoch lebe Lettland? Gott schütze Lettland, das liebe Lettenland, Gott schütze Lettland, schütze es wohl. Wo Letten Mädchen stehen, wo Letten Burchen drehen, wir uns zum Tanze sehen, mein Lettland. Das ist aber eine schöne Hymne, oder? Vergleichsweise. Text und Melodie von Carles Baumann ist, falls das irgendjemand interessiert. Ja, das muss alle interessieren, weil das würden sie ja nicht zugucken. Also, wenn ihr mitsingen wollt und mitfeiern wollt, trefft euch mit Peter Mario Kreuter, der ein großer Kenner von sehr vielen und sehr interessanten Dingen ist, aber unter anderem auch den Hymnen dieser Welt. Ihr kennt den PMK schon vom Video von vorhin, von der Nationalhymne. Du hast uns noch was mitgebracht. Reiner Zufall, das ist, keine Sorge, nicht das Original, ein Faximile, der Heiratsbefunde der Kaiserin Theophanou von 972. Sie war mit Otto II. den Roten verheiratet. Der war der Sohn von Otto I. dem Großen. Ja, wo man auch in Köln Einflüsse von spüren kann. Von Otto, ne? Also, ich habe zumindest eine Münze mal gekauft in dem Zusammenhang. Und warum trägst du diese Heiratsbefunde der Kaiserin Theophanou bei dir, PMK? An alle Frauen da draußen. Wenn ihr schon heiraten müsst, ist das hier. Darauf fährt ihr. Ja, klar. Jetzt geht das aber um, es geht ja noch weiter. Das ist die Rückseite. Ja, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Ich möchte, dass du das auswendig lernst und dann fortkriegst. Zu welcher Gelegenheit? Ja, es ist eine Heiratsurkunde. Dün, dün, tschüss.